Hallo, Bianca! Ersetzen wir dem Ball nen Kick, wow, das ist ja ein toller Trick. Schaut mal, der Ball, er rollt und rollt, das macht Spaß, ja, das ist toll. Schaut mal, der Ball, er rollt und rollt, das macht Spaß, ja, das ist toll. Schaut mal, dieser Ball ist gelb, wir verstecken ihn, jetzt ist er weg. Wo ist der Ball, wo ist er hin? Freunde, komm, wir suchen ihn. Wo ist der Ball, wo ist er hin? Freunde, komm, wir suchen ihn. Wir klopfen auf die Bälle, das macht Spaß, von der Hörer TSS macht tack, tack, tack. Wir klopfen auf die Bälle, tack, 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 probiert es auch mal, das macht Spaß. Wir klopfen auf die Bälle, tack, 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 probiert es auch mal, das macht Spaß. Jetzt werfen wir den Ball nach oben, fangen ihn auf, sonst fällt er auf den Boden. Ein Ball ist groß und einer klein, wir laden euch zum Spielen ein. Ein Ball ist groß und einer klein, wir laden euch zum Spielen ein. Schaut, wie sich der Ball jetzt dreht, schaut, kommt hin, ich zeig euch, wie's geht. Jetzt ruhen sich die Bälle aus, später spielen wir weiter, ja, genau. Jetzt ruhen sich die Bälle aus, später spielen wir weiter, ja, genau. Schaut, die Bälle haben schöne Farben, kommt, wir wollen spielen und Spaß haben. Schaut mal, der Ball, er rollt und rollt, das macht Spaß, ja, das ist toll. Schaut mal, der Ball, er rollt und rollt, das macht Spaß, ja, das ist toll.